Like dieses Video innerhalb der nächsten 3,4 Sekunden, ansonsten wirst du für den Rest deines Lebens Pech haben. Deswegen like das Video jetzt. Dann kommen wir zu einer Sache, die euch auch bestimmt interessiert und zwar die Spitzhacken. Jeder von euch weiß, welche Spitzhacke ich habe, Leute. Aber da gibt es noch eine andere Spitzhacke, die ich über alles liebe und für mich in meinen Augen seltener ist, als die OG Renegade Raiders Spitzhacke, Leute. Und zwar gehen wir jetzt hier mal drauf in 3, 2, 1. Und zwar, Leute, kommen wir jetzt zu den Skins. Ihr wisst bereits, ich bin auf meinen Azadi-Irania-Account. Ich sage in jedem Video, schaut die Videos, es kommen krasse Skins. Ich wollte euch diesen Spinn eigentlich nicht zeigen, aber heute ist der Tag angekommen, wo ich euch den Spinn zeige. Ich weiß nicht, wie lange das Video online bleibt, aber ich würde sagen, wenn ihr diese Skins seht, Leute. Ich weiß, ihr habt Recon Experts-Accounts gesehen. Ihr habt Accounts gesehen mit allen Skins, aber für mich ist dieser Account unglaublich. Und ich würde sagen, wir gehen auf die Skins in 3, 2, 1. Ah, Leute, das ist wirklich eine absolut leckere Skinsammlung. Leute, ganz kurz bevor es dann jetzt nochmal weitergeht, sorry, dass es so lange dauert, aber ich muss euch was sagen. Ich habe einen komplett neuen Discord erstellt und ich wollte diesen Discord eigentlich noch nicht raushauen, aber gestern im Stream hatte ich einfach so gute Laune, dass ich den Discord rausgehauen habe. Wofür ist dieser Discord da? Für die Leute, die von euch Discord haben und generell aktiv im Discord sind, können gerne beitreten. In diesem Discord gibt es verschiedene Channels, wo ihr mit euren Freunden reden könnt und bei meinen Videos mitmachen könnt. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel gerade niemanden habe zum Zocken oder beziehungsweise mit euch zocken will oder ein Video sogar mit euch aufnehmen will und ich sehe, dass ihr zum Beispiel gerade in dem Channel seid, aktiv im Casino seid oder aktiv im Chat seid, werde ich euch anschreiben oder hochmoven. Also wenn ihr generell Bock habt auf einen Discord, wo ihr neue Leute kennenlernen könnt, mit mir zocken könnt und generell viel Spaß haben könnt, kommt gerne auf den Discord. Das ist der erste Link in der Videobeschreibung. Würde mich mega freuen. Wir sind noch nicht mal 1000 Leute und ja, ich freue mich auf euch. Kommt gerne rein. Wichtig ist, wenn ihr auf den Discord draufkommt, müsst ihr auf diese Reaktion klicken. Das bedeutet, ihr seht diese Channel noch nicht. Ihr müsst auf den Registrieren Channel. Das geht am Handy und PC und drückt einfach hier drauf und dann seid ihr auf jeden Fall schon drin. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Discord und jetzt viel Spaß mit dem Video. Leute, ganz kurz bevor das Video startet, wollte ich euch auf jeden Fall sagen, dass ich in nächster Zeit einen Iconic Skin Account verlosen werde. Einfach diesen Kanal hier abonnieren und die Glocke aktivieren und auf alle stellen. Leute, wenn ihr das Ganze gemacht habt, könnt ihr einen Account gewinnen, wo dann nur der Iconic Skin drauf ist. Also das bedeutet einen Account ohne Spiel. Also der Account hat ganz frische Setz. Er kann auf jeder Konsole spielen. Ich verlasse den Account, der wird mir zur Verfügung gestellt. Bei 250.000 Abonnenten wird direkt der Account verlost und den Leuten, die den Kanal abonniert haben und die Glocke aktiviert haben. Wichtig ist, dass ihr die Glocke auf alle gestellt habt, damit ihr die Benachrichtigung bekommt. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und wenn euch der ganze Kanal generell gefallen sollte und ihr kein Interesse an der Iconic Skin Account habt, würde es euch mega freuen, wenn ihr einfach den Kanal so abonnieren würdet und die Glocke aktivieren würdet. Ich versuche in nächster Zeit mir sehr viel Mühe mit den Videos zu geben. Ich liebe euch. Danke für alles, Leute. Leute, ganz kurz bevor das Video richtig losgeht, wollte ich auf jeden Fall sagen, da ich nicht weiß, wie lange ich diesen Account zeigen möchte, da wirklich noch kranke Sachen auf den Account dazukommen, wie lange dieses Video online bleibt. Deswegen bitte ich euch, das Video einmal bis zum Ende zu schauen. Ich weiß, Leute, diese Skins sind richtig krank. Ich weiß, dieser Account ist richtig krank. Dieser Account ist so viel Liebe für mich. Er ist mehrere tausend Euro wert. Und ich bitte euch, das Video einfach mal zu Ende zu schauen. Es wird mich mega freuen. Jo, Leute, was geht ab? Meine Unterwies-Freunde, in dem heutigen Video sind wir mal nicht direkt auf dem Renegade Raider, aber wie ihr es bereits sehen könnt, bin ich hier auf meinen Azadi-Irani-Account, Freunde. Und das Ganze kann nur eins bedeuten, ihr habt richtig lange drauf gewartet und ich wollte es euch eigentlich nicht zeigen, da ich auf diesen Account Sachen habe, die die Öffentlichkeit nicht sehen darf. Und ich würde euch sagen, Leute, ich weiß nicht, wie lange dieses Video online bleibt, denn im heutigen Video möchte ich euch meinen Fortnite-OG-Account vorstellen. Das ist eine einmalige Sache. Diese Sache wollte ich niemals tun, da wirklich manche Skin-Sachen hier so krass drauf sind, manche Skin-Sachen, die ihr vielleicht gar nicht kennt und gar nicht kennen solltet. Und ich werde in diesem Video, jetzt passt gut auf, drei Zahlen verstecken. Wer mir diese drei Zahlen, die irgendwo random im Video eingeblendet sind, die stehen dann einfach hier unten, wo ich gerade mit dem Mauszeiger bin. Wenn mir diese drei Zahlen auf den eingeblendeten Instagram-Account hier über den Kopf von dem guten BenSkin in grün schreibt, der kann mit etwas Glück die Person sein, die auch mit dem Beweis auf diesen Account diesen Monat zocken darf. Ich werde mit der Person, wenn sie denn möchte, auch live streamen. Das bedeutet, er spielt auf diesen Account und ich spiele mit einem Iconic-Account. Und wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, dass ihr diesen Account durchspielen könnt, wie gesagt, schreibt mir einfach gerne die drei Zahlen. Und ansonsten tragt ihr den Support der Creator-Account YouTube-Avis ein. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall noch eine kurze Sache, Leute. Wie gesagt, bitte ansonsten, ihr teilt immer fleißig die Videos, aber heute teilt bitte mal nicht das Video, da ich nicht möchte, dass wirklich so viele Leute das Ganze sehen. Das ist ein sehr krasser Account. Und ich denke, viele Leute kennen momentan auf jeden Fall den Namen Azadi-Rani. Viele interessieren sich auch für diesen Spinn. Keiner von euch weiß, was alles auf diesem Account hier drauf ist, außer zum Beispiel jetzt, dass ich 15.000 V-Bucks aufgeladen habe, um euch zu beschenken. Und ich sage es euch einfach mal so, Leute, ich werde heute einfach mal schnell euch alles einmal zeigen. Und ich bitte euch, das Video bis zum Ende hin zu schauen. Und wie gesagt, jeder von euch, egal auf welcher Konsole ihr spielt, hat die Chance, auf diesen Account zu spielen. Und falls ihr den Iconic-Account gewinnen wollt, ich habe ja ein Iconic-Account-Gewinnspiel, dann abonniert den Kanal hier, aktiviert die Glocke. Und bei 250.000 Abonnenten, wenn ihr die Glocke auf alle gestellt habt, bekommt ihr direkt eine Benachrichtigung. Und das werde ich das Ganze dann direkt auslösen. Deswegen, wenn ihr Bock habt, liken, abonnieren. Jetzt viel Spaß wirklich mit diesem geheimen Video. Wir befinden uns jetzt hier auf jeden Fall im Spinn, wie gerade eben auch schon. Ich würde sagen, wir stellen euch heute einfach mal den Account vor, beziehungsweise stelle ich euch einfach den Account vor. Hier seht ihr nochmal ganz genau, dass es mein Account ist, Asali Rani. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mich supporten wollt, tragt gerne den Support-A-Creator-Code ein. Müsst ihr nicht, wäre aber natürlich mega cool. So, ich möchte euch auf jeden Fall jetzt erstmal ganz kurz die ganzen Sachen zeigen, von unwichtig bis wichtig. Das bedeutet, ich werde jetzt nicht so machen, dass ich ja jetzt irgendwie mit irgendwas komplett Unwichtigem anfange, wie irgendwelche Hintergründe oder Kondensstreifen, die eh keinen interessieren. Sondern wir fangen direkt mit was Coolen an, und zwar mit einer Sache, auf die ich sogar relativ stolz bin. Und zwar seht ihr hier, dass ich den Battle Bus habe. Der Battle Bus ist einer meiner absoluten Lieblings-Banner in ganz Fortnite. Warum? Dieser Battle Bus-Banner war wirklich so damals dieses Zeichen, wo man das Spiel gespielt hat, dass man einfach in einer früheren Season, dass man einfach in einer früheren Season ein hohes Level geschafft hat, beziehungsweise ein, was heißt hohes Level, ich glaube es war Level 25, und da hat man eben diesen Battle Bus-Banner bekommen. Auf jeden Fall ein mega cooler Banner. Wer ihn auf jeden Fall von euch hat, kann es gerne mal unten in die Videobeschreibung reinschreiben. Und Leute, ich sage es euch, bitte schaut das Video zu Ende. Im Video drin wäre noch krasse Sachen passieren für euch. Und ja, jetzt kommen wir zu einer Sache, die vielleicht mal nicht so wichtig ist, und zwar die Tarnungen. Die kann ich euch ganz kurz einmal zeigen. Ich habe mir wirklich nur die Tarnung gekauft, die ich auch wirklich mega cool finde. Die anderen habe ich teilweise geschenkt bekommen. Und zwar habe ich mir diese Tarnung, da musste ich einfach zuschlagen, die Magma-Tarnung, die habe ich mir auf jeden Fall gegönnt. Die können wir auch gleich wieder hier direkt reinpacken. Dann habe ich auf jeden Fall noch diese Tarnung mir geholt, Leute. Ich glaube, die einen oder anderen kennen sie von euch. Sie war einmal, glaube ich, erst in den Shop. Und viele Leute fragen, woher hast du die Tarnung? Ich habe diese Tarnung sogar tatsächlich, glaube ich, geschenkt bekommen. Vom lieben Patrick, wie gesagt. Das ist der Galt Trooper. Und ja, die Tarnung gefällt mir auf jeden Fall ziemlich, ziemlich gut, Freunde. Und kann man auf jeden Fall machen. Dann haben wir auf jeden Fall hier die Himmlisch-Tarnung für die Pistole, wie ihr es hier bereits sehen könnt. Ist auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Tarnung, wie ich finde. War eigentlich so die Main-Tarnung nach der Lava-Tarnung. Ich habe die Lava-Tarnung wirklich einen ganzen Monat komplett durchgespielt, auf jeder Waffe. Dann kam halt diese Tarnung. Ist auf jeden Fall ganz fresh. Und ja, dann kommen wir auf jeden Fall zu ein paar anderen Tarnungen. Ich lasse sie einfach durchlaufen. Das sind jetzt nicht so heftige Tarnungen, wie ich finde. Die finde ich auch noch ganz cool. Das erinnert mich an Black Ops 4 Dark Matter sozusagen. Beziehungsweise eher Black Ops 3, sage ich mal. Für die Leute, die es kennen, die können gerne mal, keine Ahnung, reinschreiben, dass die Black Ops Spiele spielen oder so. Vielleicht kann ich euch mal enden oder so. Ich spiele das auch sehr viele Mal in der Freizeitzeit. Dann haben wir hier die Verflucht-Tarnung, finde ich irgendwie. Keine Ahnung, warum die blau ist. Ein paar andere Tarnungen sind jetzt nothing special. Die Fade-Tarnung, muss ich sagen, fand ich sogar anfangs sogar vielleicht manchmal teilweise cooler als die Lava-Tarnung. Ist aber an sich Sache Kaugummi. Luftkampfe komplett unnötig. Royal Air Force auch komplett unnötig. Verband auch unnötig. Stäusel auch. Und Sentinel ist eigentlich noch ganz okay, Leute. Wie gesagt, Tarnungen für die Waffen, ich denke Lackierungen, sagen wir es mal so, sind an sich ja relativ unwichtig. Deswegen können wir das Ganze überspringen und gehen jetzt direkt zu den wichtigen Sachen. Wie ihr es bereits erkennen könnt, haben wir jetzt nichts für unwichtiges, beziehungsweise ja unnötiges am Start. Wir lassen jetzt mal das Ganze Musik. Ich lasse euch einmal hier kurz. Ich habe nur die beiden. Habe ich beide Gerechtigkeit und Marathon habe ich geschenkt bekommen. Backgrounds kann ich euch einmal hier machen. Ihr könnt gerne stoppen, falls es euch interessiert. Aber ich denke, das interessiert eh niemanden von euch. Sondern euch interessieren, welche OG-Skins hier drauf sind, welche Spitzsacken hier drauf sind, welche Hängegleiter hier drauf sind, welche Dances ich aus der Season 2 habe, welche Backlinks ich vielleicht sogar habe. Und generell, vielleicht zeige ich euch gleich noch die Karriere und so. Aber Leute, für die, die bis hierhin geschaut haben, das ist jetzt euer Glückstag. Denn falls ihr keinen seltenen Skin habt oder generell kein Skin, also No-Skin seid, dann ist heute euer Glückstag. Denn Leute, ich verschenke wieder mal ein paar mega nice Sachen aus dem Shop. Und zwar mache ich es in letzter Zeit öfters so, dass ich jetzt was verschenke. Ich zeige euch ganz kurz jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt... Ich gehe einfach jetzt auf ein random letztes Video mit meinem Handy kurz, Leute. Und ich schaue mal ganz kurz in die Kommentare, ob, wie gesagt, ob wir jetzt mir jemandem noch was schenken können. Und zwar habe ich auch eine Person direkt rausgesucht, Freunde. Der Name fängt mit D an. So, wo haben wir ihn? Der hat nämlich geschrieben, vielen Dank für deine guten Videos, mach weiter so. Und dann hat er das 15 Mal kommentiert mit seinen Epic-Namen. Wie gesagt, Leute, ich verschenke momentan sehr, sehr viele Sachen. Das wollte ich auf jeden Fall noch im Video sagen. Das bedeutet, wenn du bis hierhin geschaut hast, schreib einfach jetzt einen Kommentar mit deinen Epic-Namen dahinter. Desto öfter du kommentierst, der Kollege hat 15 Mal kommentiert. Ich schenke ihn jetzt einfach auch was. Das heißt, Dankeschön. Dann kannst du auch ein Geschenk haben aus dem Shop. Ich habe ihm jetzt einfach das Ratschlag gegeben. Er hat gesagt, mir wünsche ich einen blauen Emote. Habe ich ihm gegeben, Leute. Und ja, wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, was geschenkt zu bekommen, kommentiert einfach einen netten Kommentar. Und dazu so oft es geht euren Epic-Namen. Also bedeutet, so oft es geht kommentieren. Ihr könnt auch nur euren Epic-Namen kommentieren. Einfach so oft ihr könnt, wenn ihr Bock habt. Desto öfter, desto höher ist eure Chance. Okay, gut, Leute. Dann machen wir mal weiter mit was, was euch bestimmt interessiert. Und zwar den Hängegleitern. Hier habe ich ein absolutes Prachtexemplar von Hängegleitern. Und zwar haben wir hier eigentlich von jeder Season, soweit ich weiß. Außer einer. Jeden einzelnen Hängegleiter für den Sieg. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, welcher Hängegleiter mir fehlt, Leute. Und ich sage es euch ehrlich, ich habe hier eine ordentliche Sammlung. Aber ich spiele nur mit einem Hängegleiter. Ich weiß, warum ich liebe diesen Hängegleiter über alles. Ich zeige euch das Ganze mal. Und zwar ist es der sogenannte Palmblätter. Ich spiele ihn lieber. Leute, ihr hättet bestimmt gedacht, es ist der Marco. Wer gedacht hat, dass der Marco es, Leute, auf jeden Fall mal leichter lassen. Aber der Marco ist auf jeden Fall mein seltenster Hängegleiter mit dem Hüftenschwinger. Das sind zwei sehr seltene Hängegleiter. Der ist aus der Season 1. Hat einen Marktwert von ca. 100 Euro, so wie ich das mitbekommen habe. Der ist aus der Season 2. Und ja, ansonsten habe ich auf jeden Fall noch ein paar andere. Ich lasse euch dieses Ganze mal ganz kurz durchlaufen. Wie gesagt, sind ein paar Leckerbissen auf jeden Fall dabei. Kann man auf jeden Fall nichts falsch machen, wenn man die hat. Ich denke, die Grünen sind an sich relativ uninteressant. Kohlenfaser finde ich auch noch ganz cool. Und ansonsten ein Klassiker, finde ich. Die neue Qualle. Wer sie auf jeden Fall nicht gekauft hat und sie haben möchte, wenn sie wieder in den Shop reinkommt, einfach Epic-Namen rein sparen. Vertraut mir, Jungs. Ist ein geiles Ding. So, Leute. Dann können wir auch mal direkt die Qualle auswählen. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Dann kommen wir zu einer Sache, die euch auch bestimmt interessiert. Und zwar die Spitzhacken. Jeder von euch weiß, welche Spitzhacke ich habe, Leute. Aber da gibt es noch eine andere Spitzhacke, die ich über alles liebe. Und für mich in meinen Augen seltener ist, als die OG Renegade Raiderspitzhacke, Leute. Und zwar gehen wir jetzt hier mal drauf in 3, 2, 1. Und okay, Leute. Okay, okay, okay. Ihr fragt euch jetzt, okay, du hast die Renegade Raiderspitzhacke. Es ist die seltenste Spitzhacke mit Abschneumspiel. Ist für mich die coolste. Ich sage es euch ehrlich, Leute. Ich liebe diese Spitzhacke über alles. Aber ich habe eine Spitzhacke, die ich jetzt, wie ich es leider merke, nicht mehr habe durch den Hacker. Ich habe euch ja mal geleistet, mit euch geleistet, wo der Hacker einfach in meinem Vorteil-Account drin war. Und hat einfach meinen Lieblingsspitzhacke verkauft. Und zwar die Löffel- bzw. Messer- und Gabelspitzhacke. Ist meiner Meinung nach die einfach beste Spitzhacke im Spiel gewesen. Und ja, ich sage es euch einfach mal so, die Renegade Raiderspitzhacke ist auf jeden Fall auch ganz fresh. Ich liebe sie über alles. Mit der sind wir in jedem Video am Start und mit der kann man nichts falsch machen. Dann kommen wir ganz kurz zu den Dancing Modes. Hier möchte ich euch wirklich nur meine Favorites vorstellen. Also nicht wirklich alle. Ich denke, das Ganze könnte ich mal in einem Livestream oder so machen. Deswegen abonniert auf jeden Fall und aktiviert die Glocke. Aber die wichtigsten Dancing Modes, die ich habe oder die ich unbedingt über alles liebe, sind einmal das hier, das Vollablachen. Ich weiß nicht, warum ich liebe das. Knochenlos. Dann Hüpflammer ist auf jeden Fall auch immer ein Emote, den man dabei haben sollte. Dann Leute, ich weiß nicht, ob ihr es auch so findet wie ich. Aber für mich ist der Iconic Dance wirklich so der Dance, den ich wirklich momentan am meisten benutze. Beziehungsweise ich liebe ihn. Die Musik ist einfach nice. Der ist einfach gute Laune, wisst ihr. Kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Dann auf jeden Fall noch, wo habe ich den Emote? Bester Kumpel ist auch noch ein ganz fresher Emote. Und mein absoluter Lieblings Season 2 OG Emote ist natürlich der Wurm. Ich liebe diesen Wurm Emote. Ich weiß nicht, warum. Ist einfach perfekt, Leute. Dieser Wurm Emoji ist einfach, keine Ahnung. Aber ich glaube, ihr könnt mich schon nachvollziehen, oder? Dieser Wurm Emoji hat schon was. Wenn ihr den Wurm Emoji mögt, lasst gerne auf jeden Fall ein Like da. Ich sage es öfters, Leute. Wie gesagt, dieses Video weiß nicht, wie lange es online bleibt. Deswegen Support ist kein Mord. Und ja, ich sage es euch mal so. Gleich mit dem OG-Skin sieht das auf jeden Fall ganz cool aus. Der Emote. Und wir packen nochmal hier den Iconic rein. So. Okay, Leute. Dann kommen wir auf jeden Fall zu den Skins. Und wie ihr bereits sehen könnt. Oh, ich will nicht spoilern. Ich glaube, ihr habt schon ein bisschen was gesehen. Aber oben waren noch krankere Skins. Ich weiß nicht, ob man die schon gesehen hat. Und zwar, Leute. Kommen wir jetzt zu den Skins. Ihr wisst bereits, ich bin auf meinen Azadi-Irania-Account. Ich sage jedem, wie ihr schaut die Videos. Es kommen krasse Skins. Ich wollte euch diesen Spind eigentlich nicht zeigen. Aber heute ist der Tag angekommen, wo ich euch den Spind zeige. Ich weiß nicht, wie lange das Video online bleibt. Aber ich würde sagen, wenn ihr diese Skins seht, Leute. Ich weiß, ihr habt Recon Experts-Accounts gesehen. Ihr habt Accounts gesehen mit allen Skins. Aber für mich ist dieser Account unglaublich. Und ich würde sagen, wir gehen auf die Skins in 3, 2, 1. Leute, das ist wirklich eine absolut leckere Skinsammlung. Ich fange jetzt einfach mal an, Leute. Wir haben hier auf jeden Fall den Patrioten-Band von gerade eben in grün. Nichts Interessantes. Dann haben wir auf jeden Fall noch ein paar andere coole Skins. Die rote Verteidigerin, die, glaube ich, auch schon relativ selten geworden ist, Leute. Ist die rote Verteidigerin selten geworden? Ihr könnt es gerne mal reinschreiben. Da haben wir auf jeden Fall ein paar andere Skins. Aber jetzt kommen wir schon gleich zum ersten Leckerbissen. Und zwar den Tarnreflex-OG-Skin. Und zwar ist dieser Tarnreflex-Skin der Skin, den man dazu bekommt, wenn man sich das Nvidia-Bundle holt. Das ist ein PC-Bundle mit 2000 V-Bucks. Bekommt man den dazu. Also jetzt dazu. Dann habe ich hier die Royale Ritterin. Ein mega seltener Season 2-Skin. Ist auf jeden Fall auch ein Schwitzer-Skin. Genauso wie der blaue Knappe. Hat man halt, wenn man einen von den beiden hat, hat man eigentlich auch beide. Dann habe ich auch noch die miese Marodeure, Leute. Mein absoluter Lieblings-Skin, der Renegade Raider. Und ich liebe es sozusagen, Leute. Es ist einfach... Ich liebe es. Dann, Leute, der kurzzeitig beste bzw. seltenste Skin der Welt, den kaum jemand hatte. Ich hatte daraus ein Video gemacht, war auf jeden Fall mega lustig. Der OG Wonder-Skin, Leute. Warum OG? Weil ich ihn vor Release hatte. Für mich ist das was Krasses. Dann habe ich hier den Royal Bomber. Dann kommen wir auf jeden Fall auch zum Ehrenmann, dem Mobster-Skin. Auf jeden Fall mega süß. Ich weiß nicht, warum manche den nicht mögen. Ich liebe den. Dann, Leute, ein Iconic-Skin. Wie gesagt, ich verlose ja den Iconic-Account auch. Also mega krass Sachen passieren. Ich kann euch nur aktivieren. Empfehlen, die Glocke zu aktivieren und auf alle zu stellen. Guckt, ob ihr sie auf alle gestellt habt. Denn ansonsten kriegt ihr nicht die Nachricht und alles warum sonst. Dann habe ich hier den Hanagard-Skin. Den alten Hanagard-Skin. Das ist ja der neue, für die, die es nicht wissen. Auch ein sehr schmackhafter Skin. Der Preis steigt jetzt extrem für den Skin, da man den soweit ich weiß nicht mehr bekommen kann. Und ansonsten habe ich hier auf jeden Fall noch ein paar mega, mega nice Skins. Auf jeden Fall. Hier habe ich zum Beispiel auch noch das Deep Freeze Pack. So heißt das Ganze. Ist auf jeden Fall auch ein ziemlich nice Pack. Hier haben wir noch den Sensenmann. Wir haben noch ganz viele andere krass Skins. Die Elite-Agenten. Aber ich sage es mal so. Im Überblick ist der Renegade Raider, der Wonder Skin, der Hanagard Skin und der Iconic Skin für mich persönlich das Highlight. Und für mich machen diese ganzen Event Skins, außer die Xbox Skins, die bekomme ich bald noch. Die machen für mich wirklich diesen Account mehr für mich als ein Recon Expert Account. Das ist so meine Sache. Meine Ansicht. Ich habe ja gesagt für mich. Und ja. Gut. Das ist auf jeden Fall zuerst mal mein Account. Ich zeige euch nochmal sehr verständlich die Backblings. Die Backblings haben wir auf jeden Fall die rote Ritterin. Oder den schwarzen Ritter. Äh. Den blauen Ritter meine ich. Und ich sage es euch mal so. Ich spiele eigentlich, wenn ich ein Backblings spiele, entweder die Flügel oder halt gar kein Backblings. Ehrlich gesagt. Deswegen lasse ich das Ganze so. Ich hoffe. Leute. Heute kam mal ein anderes Video. Ich weiß nicht, ob wie lange das Video online bleibt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wer bis hierhin geschaut hat. Leute. Ich werde nicht in diesem Video nur eine Person beschenken. Also im nächsten Video seht ihr dann, wer gewonnen hat. Sondern ich werde zwei Leute beschenken. Wenn du auch was geschenkt haben möchtest aus dem Itemshop. Du hast nämlich das Glück. Du hast bis zum Ende geschaut. Denn teile einfach jetzt das Video mit so vielen Freunden, wie du kannst. Das wäre super nice. Abonnier den Kanal. Aktiviere die Glocke. Trage nachdem du das Video jetzt hier siehst. Nachdem du es gesehen hast. Einfach den Support der Creator Code YouTube-Avis ein. Und schreibe einfach dann, wenn du alles gemacht hast. Creator Code. Einfach Creator Leerzeichen Code. Und dahinter deinen Epic Namen. Desto öfter du das Ganze kommentierst, desto höher sind hier auch wieder mal deine Chancen. Mich würde es auf jeden Fall mega freuen, wenn du das Video nicht teilen würdest heute an deine Freunde. Beziehungsweise. Okay. Ich habe jetzt gesagt, teilt es Leute. Aber ich weiß echt nicht, wie lange das Video online bleibt. Deswegen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ciao.